Bumm! Du hast geklickt! Beste Entscheidung meines Lebens! Heute bin ich hier bei einer wunderschönen Wiese beim Sonnenuntergang vor unserem Haus. Und ich werde alle Tricks, die ich kann, auf der Wiese machen. Let's go! Gucken wir ganz einfach an mit einem Backflip. Oh, der geht besser. So, jetzt kommt mein Vorwärtsalter. Sideflip! Dieser Trick habe ich ziemlich neu gelernt. Korken! Ich muss noch stehen! Wir kommen jetzt zu den schwereren Tricks mit Ronald und so. Los geht's! Okay, jetzt kommt Volltwist! So, nochmal. Der war hässlich! Zweite Variante von Kork. Habe ich fast vergessen. Scheiß drauf! Weiter! Hallo? Hallo? Ja? Soll ich eineinhalb Schaum machen? Was? Warte, Ben! Wir sind an einem anderen Platz! Klinio! So zieht man richtig seine Schuhe aus! Klinio! Eineinhalb! So, das war's mit der heutige Session. Morgen geht's weiter, damit das Video ein bisschen länger ist. Schnauze! Schnauze! So, es ist jetzt der nächste Tag. Dieser Hund bellt. Und es ist schon wieder Sonnenuntergang. Man sieht's jetzt gerade nicht. Und wir sind auf der selben Wiese. Warte, Ben! So, wir sind jetzt beim Schulgelände. Es ist kein Mensch hier. Weil es ist schon Schulende im Schulgelände. Und wir schauen jetzt mal was... Wir schauen jetzt mal was... Wir schauen jetzt mal was es gibt. Und... Und... Ja... Ihr werdet es nicht glauben. Wir haben Sand gefunden. Wow! Wow! Nochmal! Nächstes Ziel! Spielplatz! Nächstes Ziel! Spielplatz! Okay, letzter Versuch! So, das waren jetzt meine besten Tricks auf der Wiese mit ein paar Ausnahmen und Sand und so. Und jetzt der allerbeste noch am Schluss hier vorher. Replay! Ansonsten... Bis zum nächsten Mal! Ciao! Ciao!